Der Hof ist eine Sau von Albert, sagt er, der Huber, und schafft, und denkt nicht weiter drüber nach. Ich bin ja bloß ein kleiner Bauer. Der ist doch super. Ich mach den Hof doch viel lieber, das ist doch viel schöner als der Scheißdreck, wo mich der Vater nachschickt. Bei der letzten Sau geht's um den Bauern Huber, der ein Kleinbauer ist und dem es genauso geht wie den Menschen, mit denen er in seinem Dorf lebt. Der Vater macht euch kaputt mit seinem Scheißdreck in der Industriehof. Dass er das Gefühl hat, in seinem Job und in seinen Aufgaben als Landwirt nicht mehr so richtig einen Platz zu finden in einer globalisierten Gesellschaft. Und in einer Welt, in der das Lebewesen Tier vollkommen zur Ware geworden ist. So geht's nicht weiter, das schreibt er hin. Die ganzen Schulden, die sich schon bei ihren Gläubigern haben. Was wollen wir denn waschen, sonst knollt's? Pfenn, du! Wo ist gut, ist denn ihr Pfenn? So äußert, Scheiße. Aber die Bienen, weißt du das, das war der Schwamm meines Lebens. Ja, ja, ja. Oh ja, ja. Bis zum nächsten Mal.